Hallo liebe Leute, die Kraft kommt wieder aus den Wurzeln in die Rebstöcke zurück. Man sagt, die Reben bluten. In dem kurzen Video gibt es für einige drei Tropfen Rebenblut im Zeitraffer und für die, die es genau wissen wollen, in Echtzeit. Mit Musik und da kann man dabei auch ein bisschen die Seele baumeln lassen. Los geht's! Musik 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 Musik